Ich bin Manuel Fee und bin im zweiten Lehrjahr als Baumaschinenmechaniker EFZ bei der Hagedonne. Ich mache die Lehre bei der Hagedonne, weil ich einen Tag etwas an einem grossen Bagger, dann etwas an einem Lastwagen und dann wieder etwas schweissen kann. Ich würde wieder eine Lehre bei der Hagedonne anfangen, denn bis jetzt könnte ich mir nichts besseres vorstellen. Wir üben dich jetzt als Baumaschinenmechaniker EFZ bei der Hagedonne. Wir sehen uns in der Werkstatt.